Jedermal, also jeder von uns, wahrscheinlich du noch nicht, aber jeder von uns, ich denke mal, René und ich haben wahrscheinlich schon mal durchgemacht und du wahrscheinlich noch nicht. Ja, wieso? Nur mal nicht, nur mal nicht. Ganz ehrlich mal, ich bin, ich bin auch 21. Ich hab auch schon mal durchgemacht, ja? PC-Zeiten. Also bitte, ich muss mich hier nicht rechtschaffen. Banane, meine PC-Zock-Zeiten. Ich rede jetzt von Half-Life, Skype-Konfi mit drei Leuten. Ja. Irgendwann, um 18 in der Früh, liegen sie alle auf dem Internet und immer wieder auf dem Server gejoint. Immer wieder. Und du hörst nur den Skype. Ja, das ist die ganze Zeit. Hey, das waren Zeiten. Hey, das war so geil. Wow, nein, ich bleib, nein, scheiße. Ich bleib am Baum hängen. Fahr. Scheiße, fahr. Scheiße. Oh, Scheiße. Das war so geil. Bleib ich am Baum hängen, ey. So, jetzt muss ich mal kurz eben schnell schauen. Ganz schnell eben wegen der Kameraeinstellung. Ich will mal gucken, dass ich das ein bisschen irgendwie ausgeschnitten kriege. La, 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 la. La, 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 la. Take me away. There's nothing you can do to take me away. Banane. keep rolling rollin rollin und rollen den chat schreibt muss er es singen ja verkehr das mache ich jetzt ganz schnell wieder an haben wir ja gesagt aber ich muss aber ich muss auch auf toilette aber ich weiß was ich jetzt wähle für ein rennen und das machen wir so erst mal groß zusammen erst mal kopf geht erst mal kopfgetriebe öl in den motor kippen ja das ist ganz wichtig lalala 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 natürlich gewinnen natürlich kommen bei einer du hast die letzten zwei mal gewonnen ihr könnt das ihr könnt das jetzt gewinnen ich bin wieder der master of destroy master of destroyer den weich machen könnte der katze die titel zu werden aber ist das so okay mit der kamera ich denke schon ist groß genug ist nicht zu groß nicht zu klein zu klos vor allen dingen zu klos ich weiß nicht wie ich auf klo ich weiß nicht wie ich auf klos komme es liegt daran dass du ein klos bist meine ane was haben wir die waspfeifen gesagt genau ich will kein pfeifen alte pfeife also was mit dem chip funktioniert da noch okay jetzt passt also funktioniert doch hochladen ja klar natürlich werden hochladen wie viel prozent hat dieses gesetzt ist edle gesund 30 glaube ich bin aus dem bild okay sieht man nicht 30 hat es insgesamt aber es ist ohne alkohol nein 30 30 und los geht los fahrt 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 fahr guck mal was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mal gucken elektrische stund ist gleich vorne oder geht raus weiß anstatt der host oder beziehungsweise das server einfach sieht dass wir einer von den host werden wir sind hier die ganze zeit auf dem server let the base hat das event verlassen das ist aber gut so verliert keiner punkte der sitze der fliegt jetzt gleich aus ich kümmere mich um den keine sorgen konzentration mädels ja ich bin dabei bin dabei bin schon dabei keine sorge ich kümmere mich drum banane fahr vorneweg wer will denn jetzt gewinnen von euch beiden momentan ja ich versuche es gerade ein bisschen dran zu bleiben aber irgendwie von mir springt einen auf mich drauf vielen lieben dank dass ihr so bravore hier selber einsteckt damit ich gewinnen kann ja war das sagen wir die alle teilwände hier wird ja natürlich wir sind für dich da wir gehören zu einer klinik ich habe ein paar gute eddings besorgt sauber schön so ein pömmel an der backe malen schlafen so fast so wie das wird lustig und dann und dann geht der morgens schicksal morgens brötchen holen die rtl ehrtl bei einerそれで in die in die gehen sie wieder geht eine ausgebild wer weiß wo den geht mit über das stil kieb und denn denn die delle jahre hinsicht vier Prozent aber derцу bestelliert erpte den stimmel Deutschen ab, mit seiner 2299 ja ich weiß ich kann aber nicht mithalten mit dem ich brauche beim gelände ist ein märz hauern die wand geküsst deswegen kein problem und hier kannst du vollgas geben die nächste kurve die hier gibt vollgas nicht bremsen jetzt so deswegen zieh ich auch vorbei war bei sieben ja hier haben wir noch mal ohne mann das hallo INDGE kommen sie haben weil er es dafür zu vor allem der ist mir gerade hinten drauf gefahren hat würde wo springe ich hin wir müssen die trinken was wir abwechselnd singen können weißt du wo erst der eine die eine strophe sinken dann der andere der andere ja aber haben wir ein lied wo wir alle den text guckte es im riemann guck es dir an jetzt pass auf jetzt hat noch einer das event ja aber wir kriegen punkte zum aufstehen zwei punkte aber unter boss weiter bei mir auch auf boss so langsam aber das können wir wenn wir heute wirklich lange spielen pro ist dann können wir sogar schaffen das um die fraktion in dem gebiet wirklich gewinnt ja ich muss so auf toilette mädels dann hat den wunsch performance rennen moment namen wasser spurt am staudamm spurt am staudamm aber da kann ich nicht aber aber da kann ich nicht nein sagen okay kommt es gleich die frage ist schafft das rechtzeitig ich bezweifelt spurt zum staudamm wenn nehme ich denn da bin ich mal so da bin ich wieder so gleich wieder da klar wenn ich muss mal eben kurz die musik müssen lauter machen ja so da bin ich ja hier ist einer silber was ihr macht mir noch echt bock auf sie kommen wieso hast du es nicht selber schuld das spiel sogar muss auch dazu sagen man muss wirklich also alleine wenn man es allein hat und keine freundin wie die mit einem zusammenspiel ist kann ich mir vorstellen dass ja nein nein kann ich mir vorstellen dass es öde ist weißt du deswegen aber aber mit freunden zusammen ist das echt cool so los geht's so der fokus zeigt jetzt wo es lang geht tschüss was gut ferrari was gut ferrari aber dann hat auch ferrari genommen jetzt schwärter und windschatten der schnorrer aua auf zu schuppen alter gar nicht man ich hab halt eine trockene kopfhaut du arisch der sizilianer ich hab eine trockene kopfhaut boah der sizilianer hier alter das gibt es gar nicht wieder alter was ist hier los die hauen mich voll raus der king of chick of tracking king of chicken habe ich gesagt ja schuld meinte und der dings auch der sizilianer da das gibt es doch gar nicht alter ich kriege einen anfall hier weg mit dir du potzau komm mach mal da was mit ich rankommen ja 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 ich bin da schon als rennen werde ich aber nicht vor also ich werde das rennen nicht gewinnen der typ kann nicht fahren von daher der stelle ist oder verdammte ramsau stüße für das ja der raum der seite anstrengung anzuschutzen vorsicht aber das knapp wo du bist du nicht durch ja gott sei dank weil du kratzig zurückgesetzt hat es der schlüssel der kriegt jetzt erstmal der kriegt jetzt erstmal auf alles was er braucht ich hätte meinen lambo in der liste nicht mehr ich war eigentlich den lambo nehmen und nicht die klasse das macht gut stöße finesse und der king of track ist der nächste daran kommt ich lese gleich die kommentare nicht wundern ja ich muss mich gerade ein bisschen konzentriert ausfahren der hängt mich schon mit an stoßstange weil er dings schnort windschatten der pisser macht's gut schau stöße finesse ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin der dd2 zwei punkte brauche ich noch zum levelanstieg das heißt es wäre geil wenn ich zweiter werden würde ja da musste aber gleich kommen also im spiel ich bin doch schon dran ich bin doch schon dran wird sie wissen falsch an nein verpackt hat scheiße was fahr ich denn hier was fahr ich denn hier für eine scheiße okay das war es kommt von hinten das sind nicht böse ja für mich war es das ich habe die kurve voll nicht gekriegt shit verdammt das haben wir auch eine scheiße zusammen gar keine ane ich breff den schlüssel aus brauchst du nicht mehr verdammt so kreik flexi hey banana from the cooler haha leiste mit dir doch spiel ist seit dem release hatte es damals auf dem pc gespielt und ist auf der playstation 4 spiel ich zwar alleine aber macht trotzdem richtig spaß ok super rost kopfgetriebe damit ich ein bisschen schneller fahr rost wir können ja bei der nächsten beim nächsten community können wir dich ja gerne einladen kannst du mal mit uns fahren ja genau kann der borussianer wenn er möchte gerne mal mit uns mitfahren und mindestens 18 18 oder möbse genau aber ich glaube eher borussianer bei mebs ist dann auch bei mebs ist dann auch skype drin yeah hi everyone hi craig okay we play so craig for your understanding um we said um jetzt geht das wieder los ja das gibt er wieder an nein ich gebe überhaupt nicht an natürlich nein doch wir skypen doch auch nur weil wir mebs haben ja du wohl eher sagt der herr mit dem gourmet gebäude ja yeah das ihn planet infosi ja 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 ne ja 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 ja. ja 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 ne ja 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 Nikas hab suivre hein Diversity schon alles ja ja oder so ein bisschen drin дела siglerium Aber komischerweise, aber ganz ehrlich, komischerweise viele verstehen mich, ne, das ist ja das Geile, die Amis, ne, damit, boah, was fahr ich denn damit, ey, ich glaub, ich bleib doch dabei, was typisch Männer, was, 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 typisch Männer, haha, ja, Ja, remember Flexi in Burger King Banana from the Cooler, was, remember Flexi in Burger King Banana from the Cooler, was, er ist ein Kühlschrank, nein, nein, remember, erinnere dich Flexi in Burger King, also Burger King Banana from the Cooler, vom Kühlschrank, nein, Cooler ist Cooler. Hey Borussianer, du bist angenommen, haha, ein Hetzer bin ich und bin 19, ja, das passt ja, 1, Risiko, genau, zwingend notwendig ist es dann nicht, wäre schön, sorry, hau ihn raus, den Schlüssel, den Schlüssel, hau ihn raus, Ich hab mich so rausgekickt, dass ich mich G'scheckpoint verpasst hab, wäre schön, wuhuuu, tschüss. Boah, der Schlüssel, finissl, ne, ich hab früher noch hier sitzen. Boah, wir müssen nur den Dings schlagen, den, den Kingstar, weil der ist silber. Wenn du über Brüste redest und singst. Weil der ist silber und das passt, weil dann kriegen wir mehr Punkte. Glaub ich nicht. Doch, kriegen wir mehr Punkte. Sicher? Ja, hab ich dir doch früher erzählt, wenn du einschließt, der mehr... Ja, aber beim letzten Mal war's nicht so. Ja, weil der rausgegangen ist. Ja, weil der geliebt hat. Weil der rausgegangen ist. Okay, ja, motzt mich doch nicht so an dieser... Niii, niii, niii. Ja, aber der Kings, der kommt schon, der Pisser. Ja. Und ich hab nämlich hier ein riesen Problem gerade. Mit den beiden. Mit dem Schlüssel und dem King. Wenn, wenn jemand Brüste hat, die mir zum Trost zur Verfügung stehen... Mann, verpiss dich King, Alter! Boah, ist das ne Ramsau, das gibt's gar nicht. Ja, dafür schrab ich ihn mir jetzt. Ich hab noch 10 Checkpoints vor mir. Bananen ist jetzt 2.000 noch. Er lässt den Schlüssel auch noch vor. Ja, Entschuldigung, ich hab's gedreht. Aber den krieg ich wieder. Ich hab da Rennausstattung. Aber das, ohne Scheiß, das Rennen hab ich mit Mini... Ist total scheiße. Ja, mit Mini. Wir sind aber nicht mit Mini unterwegs. Hab ich bei jeder Kurve ein paar... Ja, seit der Mini so genervt wurde, ist das halt... Ja. Wir reden aber nicht mal von Mini jetzt gerade. Alter, verpiss dich mit deinem scheiß Ram! Scheiße, der King kommt. Pass auf. Ich hab den Schlüssel schon wieder vorbei. Ich hab den Schlüssel schon wieder vorbei. Ich hab den Schlüssel schon wieder vorbei. Oh, fuck! Boah, mich dreht's hier, das ist... Und jetzt hat der King mich überholt. Hau ihn raus! Kann ich doch gar nicht, der hat mich überholt! Ja! Wow, fuck, 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 fuck! Mann! Banane, wie kannst du so nachlassen? Du musst den raushauen! Wollte ich ja jetzt grad. Fahr vorbei! Ich hab den Schlüssel ausgegangen. Hätsel ausgegangen? Hätsel ausgegangen? Ja, verdammt! 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 Ich hab den Schlüssel nicht fertig. Fernseher! Fernseher! Scheiße, wir müssen mindestens vor dem King... Ja, ich weiß! Wir müssen unbedingt vor dem King ins Ziel kommen. Das ist ganz wichtig. Dann kriegen wir nämlich mehr Punkte. Der fährt aggressiv. Ich weiß! Das schaffen wir, das schaffen wir. Komm, 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 komm! Charger, komm, Charger, komm! Komm, komm! Nee, der zieht gleich vorbei, pass auf! Jawohl! Ihn hat's rausgehauen! Der fliegt! Jawohl! Yes! Der ist der Wurst geworden! Der ist voll über... Haha, Lamogini mag den, ich weiß! On YouTube, yes! Ach ja, on YouTube, Burger King! Yes! I remember! Jetzt weiß ich, was er meint! Ach so, ja! Banana on Burger King! Yes! I remember! Okay! Yes! Nice to see you this Video! Ah, aber ihr beiden steigt nur auf! Wie viel Punkte hast du gekriegt? Weißt du das? Scheiße! Aber er kriegt weniger! Ja, er kriegt Minus! Ja, er kriegt Minus! Soll ich sagen, ich hab grad... Ich hab grad minus 20 Punkte bekommen! Wie viel hast du gekriegt, Banane? Ich hab Plus bekommen! Ja, wie viele? Ich weiß nicht! 62! Wie viel hatte ich davor? Weiß ich nicht! 10! Ich dürfte über 40 Punkte bekommen haben! Boah, Alter! Das lohnt sich! Du darfst auswählen! Ich weiß! Und ich bin grad versucht, noch ein Rennen zu machen, aber... Beruhigt euch, sagt Söckchen! Nein, da können wir uns nicht beruhigen! Nein! Niemand beruhigt sich hier! Niemand! Ich hab schon... Hier... Es ist eh schon wieder 20 Punkte verloren! Du hast doch keine 20 Punkte verloren! Ich hab 20 Punkte verloren! Boah, wie lange geht der Stream eigentlich heute schon? Würde ich hier einfach wissen! 2 Stunden und 22 Minuten! 2 Stunden und 22 Minuten! Ich find das traurig! Wenn du eine halbe Stunde rechnest, wären das... Wie viele Folgen? Nein! Das ist nicht dein Ernst! Wenn sich jemand... Boah, dieses Rennen, ey! Boah, da kann ich so kotzen! Ohne Scheiß! Wenn sich jemand in den Chat mit Brüsten zum Trost anbietet, dann soll er mich... Eine Windpassage kommt bei der S-Kurve! Ja! Da fängt man ja schon selbst an mit Fingernägel kauen! Das ist aber auch so spannend, weil... Bei dem Liegensystem ist es einfach so, wenn man einen schlägt, der höherrangig ist... Also der zum Beispiel in der Liga ist mit dem Silber... Dann kriegt man also Bronze, wenn man ihn schlägt, viel mehr Punkte! Deswegen ist das so spannend! Das ist so cool! Und das ist ja mit dem letzten Patch wieder gekommen! Ne, warte, wie viel habe ich bekommen? Ich dürfte 53 Punkte bekommen haben! Überleg mal! 53! Das ist die Hälfte von 100! Der Rang ist immer 100! Ist ja der Hammer! Oder... Überlegs dir mal! Ähm... Ich hatte 2, dann habe ich gewonnen! Das heißt, ich hatte 9... Ja! Alter! Das ist die Hälfte, die du kriegst! Die Hälfte! Boah! Ja, weil der Silber 2 war, genau! Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... King of Tricking rausgeschmissen erst mal! Ja, toll! Super! Da verhaut mich King of Tricking jetzt mich raus! Und der... äh... Stissel-Fenissel... Stissel? Ist bei euch! Stissel-Fenissel? Ja! Stissel-Fenissel! Ich mag die Strecke nicht! Ich mag sie einfach nicht! Ich auch nicht! Und der King haut nicht raus! Aber der haut sich selber raus! Hehehehe! Ich dachte dir nicht! Deswegen habe ich sie genommen! Weil da gleich eine Windkurve... eine... S-Kurve kommt! Oh! 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 Der hat sich selber... Der hat sich selber rausgehauen! Und geht raus, der Pille, Mann! Fuck! So ein Scheiß! Ich wollte wieder 50 Punkte absagen! Komm den Stissel hauen wir raus! Komm! Wir sind jetzt alleine mit dem! Komm! Hau den raus! Hau ihn raus! Hier ist die Kurve mit dem Wind! Ja, ich weiß! Ich hasse das! Und hier ist der Baum gegen den ich gefahren bin gerade! Was ist denn da vorne los? Schnappt ihn euch! Ja, schnappt ihn euch! Was ist mit dir wieder? Ja, ich bin gegen den Baum gefahren! Vielleicht sehe ich jetzt schon mal Windschatten, wenn du kannst, ja? Ja, ich versuch's! Wow! Sorry! Nix passiert! Nix passiert! Noch ein bisschen Blech! Windschatten schnoren! Bisschen bei René! Klein wenig! Aber so für mich jetzt keine Punkte! E-O-He! 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 die jahre alter was fährt ihr für ein auto und für ein style focus und 5 fährten der fünf steil fünf steil jungen alter ich muss mal den gürtel enger schnell damit die doch dünner wirke wir müssen ja alle heutzutage den gürtel enger schnallen ja ja ein fehler gemacht ja ja ich komme mehr dran scheibe ich nehme die kurven aber falsch äh ganz ehrlich wenn so jemand durch miami brettern wird ja überleg mal alter als er strafzettel sagen ja ja strafzettel von den bullen wär doch das fehlt mir hier auch so ein bisschen was er krudy bullen oder so weißt du any more tours in the future flexi wird 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 yes yes kreik it's coming it's coming the next who is the next lp ls on tour is on frankfurt yeah and frankfurt it's coming es ist was man dem wir bei dings august ne last weekend in august yes last week in august i am in on frankfurt and the video comes out to september obviously yes er hat mir den extra season pass geholt damit ich wow damit ich nicht so lange warten muss ja wir auch wir haben auch season passen alles und wir es kommen ja noch zwei weitere autos wieder kostenlos also die corvette ist da jetzt es kommen jetzt die corvette ist da jetzt gekommen jetzt kostenlos die sing ray und es kommen jetzt noch ein dronater sl und mini cooper kennen kennengelernt countryman der mini cooper der kommen noch aber das ist wirklich nichts mit mini zu tun muss ich ganz ehrlich sagen das auch ich finde den voll geil der wird wahrscheinlich besser auf der straße liegen wie die anderen minis glaub mir das der wird wahrscheinlich in der klasse vor dem focus liegen ja der benz auf jeden fall weißt du noch die skala die du uns gezeigt hast wo sie hier nach den letzten autos die vor dem season pass mit angekündigt waren ja haben sie schrieben äh riesengroßer balken und noch vieles vieles mehr ja sicher ja klar da wird noch etliches kommen aber viele haben ja das spiel schon totgesagt was ich eigentlich schade finde weil ich bin ein großer tdu spieler und weiß was die jungs von tdu gemacht haben ne wurde der königseck eigentlich mal gepatcht damals äh fuhr er 420 in der serie im performance 350 ich hab kein königseck hab ich nie gekauft will ich gar nicht haben mein lieblings schnellster wagen ist immer noch der bogatti währung supersport aber die gibt's ja leider nicht deswegen ich hab den königseck nicht ging's ja mal interessant ähm audis audi wäre auch cool das stimmt Prost zusammen Prost Kopfgetriebeöl 10 t30 kann ich nur empfehlen für wahre männer kein kommentar